Guten Morgen miteinander. Es tut uns leid, wir hatten eine kleine technische Störung mit meiner Maus. Ich konnte mich nicht selber von der Stummschaltung befreien, aber jetzt hat es geklappt. Wir entschuldigen uns für diese Wartezeit und heißen euch herzlich willkommen zur gemeinsamen Live-Net-Pause. Schön bist du, sind Sie mit dabei. Heute teilt uns Stefan Mag das geistliche Pausenbrot aus. Stefan Mag ist evangelistisch für Live-Net unterwegs und ist daneben Bergbauer und Schäfer. Eine sehr interessante Mischung. Stefan, darf ich dich bitten, dich kurz selber vorzustellen? Wie bereits gesagt, mein Name ist Stefan Mag. Ich bin verheiratet, habe vier Kinder, zusammen mit meiner wunderbaren Frau. Ich leite das Gebetshaus Gantrisch. Ich bin, wie bereits gesagt, Bergbauer, Schäfer, Evangelist und lebe seit über zehn Jahren zusammen mit Menschen aus schwierigen Lebenssituationen zusammen. Sehr gut. Vielen Dank. Das war wirklich gut. Wir freuen uns nun auf deinen Input, Stefan. Darf ich dich bitten? Ja, klar. Vielen Dank. Ich denke, etwas, was mir auffällt als Christ oder in den letzten Jahren hat sich so etwas ein bisschen verändert. Nämlich vor einigen Jahren war es, habe ich gemerkt, war es super wichtig, einfach möglichst über den Glauben zu sprechen. Und das, glaube ich, ist auch heute noch wichtig. Aber ich glaube, in dieser postmodernen Welt, in der wir heute leben, geht es eben um ganzheitliche Nachfolge. Es reicht nicht mehr, am Sonntag ein paar fromme Verse von der Kanzel zu predigen und dann die ganze Woche irgendwo, irgendwo still in einem Raum zu sitzen, sondern was die Menschen hier in Europa brauchen, ist ganzheitliche Nachfolge. Für mich sind da drei Punkte wichtig. Das heisst Evangelisation, den Glauben weitergeben auf eine natürliche Art, so dass es die Leute verstehen, in einer normalen Sprache, aber natürlich übernatürlich geführt. Zweitens Jüngerschaft, das heisst Kirche. Kirche ist Beziehung. Wir müssen weg von diesem griechischen Denken, Strategie, Macht, Power und zehn Jahrespläne zurück ins Hebräische, die Bibel. Hier ist hebräisch geschrieben. Und Gott hat die Gemeinschaft mit dem Geist. Genesis 1, Johannes lesen wir, der Geist, das Wort war Fleisch. Also Jesus war schon bei Gott vor die Welt gemacht worden. Es ist immer alles in Beziehung. Gott hat in einem Zelt gewohnt bei seinem Volk. Er wollte nicht kein Haus. Und am Schluss hat dann Jesus ja auch mit seinen Jüngern Zeit verbracht. Mit seinen zwölf Jüngern, er war draußen, war mit ihnen unterwegs. Das ist Kirche, das ist Jüngerschaft. Die Leute suchen authentische Beziehungen. Und das dritte, was ich glaube ich zu ganzheitlicher Nachfolge gehört, ist Barmherzigkeit. Der Not, die um uns herum ist, ganz praktisch begegnen. Denn das kann klein sein, das kann gross sein, aber irgendwo den Menschen, die im Zerbruch sind, helfen, wieder Fundament zu finden. Ich habe mich heute für einen Bibeltext entschieden, der mich selber immer wieder herausfordert und den ich super wichtig finde. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8 Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarian und bis ans Ende der Welt. Das erste ist, wir werden den Heiligen Geist empfangen. Ich glaube, das ist der Schlüssel der Jesus-Nachfolge. Wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann weisst du, dass du Kind Gottes bist. Und dann musst du nicht mehr leisten, dann musst du nichts beweisen, musst nichts darstellen, musst nicht irgendwo selber erfolgreich sein, sondern du darfst einfach sagen, Ich bin Kind Gottes. Ich selber bin adoptiert und weiss vielleicht noch mehr als andere Leute, was es heisst, eben eingepflanzt oder in einer Familie aufzuwachsen, die genetisch nicht meine ist. Und genau so ist es bei Jesus. Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, wenn du Jesus nachfolgst, wirst du ein Kind Gottes. Mit allen Rechten, mit allen Pflichten, aber die Grundidentität ist, du bist Kind Gottes. Das ist der Heilige Geist, der mir jeden Morgen sagt, Stefan, du bist mein Kind. Und diese Stimme hilft uns in unserem Alltag. Vor einiger Zeit hatte ich ein krankes Schaf und in der Nacht habe ich geträumt, dass das Schaf stirbt. Und dann habe ich gewusst, dass der Geist Gottes. Am anderen Tag bin ich in den Stall gegangen und habe gemerkt, dieses Schaf ist viel kränker, als ich eigentlich dachte und konnte es dann gerade noch gleichzeitig behandeln. Ich erinnere mich, der Heilige Geist hat mir einmal gesagt, einem Mann, einem Manager, einem Headhunter, ich soll ihm das Wort Papa sagen. Und ich dachte, so ein Headhunter, der sollte Gold vom Himmel fallen sehen oder irgend sowas. Ich habe ihn auf der Strasse kennengelernt und über Jesus geredet. Ich habe ihm das Wort Abba gesagt, Papa, und er fing an zu weinen und war völlig von den Socken und hat mir gesagt, du hättest mir alles sagen können. Aber das hat mein Herz berührt. Also wenn wir gefüllt sind vom Heiligen Geist, dann wissen wir, wer wir sind. Kinder Gottes, wir sind angenommen, so wie wir sind und der Heilige Geist redet durch uns. Und das ist dann bereits der zweite Teil an diesem Vers, ihr werdet meine Zeugen sein. Nein. Manchmal treffe ich die Christen, die den ganzen Tag Gott verteidigen oder Christen, die irgendwo die Welt anklagen. Das alles müssen wir nicht. Wir müssen nur Zeuge sein. Das heißt, du gibst weiter, was du erfahren hast, deine Geschichte, was Gott in deinem Leben getan hat. Du kannst sagen, der Bibel sass, die Bibel sagt, wie Billy Graham jeweils sagte. Du kannst die Bibel zitieren oder alles, was du gehört, gerochen, erfahren, getastet, geschmeckt, erfühl, erfahren hast in deiner Seele, was Gott getan hat. Ein Zeuge bezeugt und das ist locker, das ist fröhlich, das ist positiv, weil eben dieser Abba, dieser Papa in uns lebt, der Heilige Geist uns ein neues Fundament gegeben hat. Wir müssen die Welt nicht richten, das kann Gott selber, wir müssen Gott auch nicht verteidigen, das kann er auch selber einfach ein Zeuge sein. Und zum Abschluss, wir werden die Zeugen sein in Jerusalem, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Weisst du, dein Leben oder das Bezeugen von Jesus fängt in deiner Familie an. Und da, wo du bist, da hier, wo ich bin, in meiner Familie, mit meinen Leuten, mit denen ich zusammenlebe. Und sehr viele von denen sagen schon sehr bald, Stefan, du bist überhaupt nicht so fromm, wie ich dachte, aber du bist authentisch. Und das ist für mich immer das grösste Kompliment. Weisst du, die Welt will nicht noch einen Frömmler mehr. Die Welt will Freundschaft, will jemand, der authentisch ist, der nicht perfekt ist. Das bin ich definitiv nicht, aber ich glaube, authentische Jesus-Nachfolge ist gefragt. Da, wo du bist, in deiner Familie, von da zu deinem Arbeitsort, von deinem Arbeitsort, zu deinem Fussballklub oder zu deinem Schachklub oder was auch immer du machst. Und erst dann ans Ende der Welt. Erst dann kommt dann der weite Befehl, irgendwo weit weg noch irgendjemandem von Jesus zu erzählen. Denn es fängt bei dir an und weil du nämlich dich selber überall hin mitnimmst, du selber bist dich selbst. Und egal, wo du hingehst, es kommt darauf an, was in dir ist. Also lass dich erfüllen vom Heiligen Geist. Das ist die Freude, die Friede, die Annahme, die dann einfach kommt. Das Kindsein Gottes, dann entsteht das Zeugesein ganz natürlich, weil du gar nicht schweigen kannst, weil die Leute merken, mit dieser Person ist etwas anderes. Die ist nicht mehr Teil von diesem Hamsterrad, von diesem Leistungsdenken, sondern da ist ein anderes Fundament. Und das Fundament ist Jesus. Und Zeugnis fängt in deiner Familie an, da wo du bist, auf natürliche Art und fliesst dann von da bis ans Ende der Welt. Ja, vielen Dank, Stefan, für diese inspirierenden und auch herausfordernden Gedanken. Sehr ermutigend. Wenn du selber einmal bei solch einer Live-Net-Pause dabei sein möchtest, kannst du dich jeweils am Mittwochvormittag um 9.30 Uhr einloggen unter live-net.ch-pause. Wir danken dir für dein Dabeisein und wünschen dir einen guten und segensreichen Tag. Auf Wiedersehen.